dieses gematsche macht mich total kirre ist hier noch irgendwie was brauchbares aber mal gleich ein das mal katti tun natürlich erstmal spa la 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 ich ja jetzt kann man hier wieder überschreiben so dann krieg ich mal durch du alte kriegasse aber ich glaube ich habe es gefunden was zur hölle flutter 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 ich hoffe mal der packt mich nicht m ja das passiert wenn man innen Kogumi Automat reinlangen jetzt ist erlos jetzt soll ich mich beeilen bevor er wieder kommt auch nö da will ich nicht raus hä wo bin ich Autsch Orientierung gleich null Strahlenmoon Strahlenmoon das heißt ich benutze jetzt lieber mal meine Strahlen Mega Death Kanone wo bin ich hier ich bin hier irgendwo ach ist das schön wenn alles dunkel ist da lang müssen wir Pulsgewehr nehmen wir doch glatt das schauen wir doch mal ob das Licht wieder angeht sonst bin ich echt eine Blindschleiche ach hier ist Licht aber wo ist hier Schema Strahlenmunition wunderschön ich glaube mit dem zweiten Feuermodus lohnt sich das jetzt richtig diese Kanone vielleicht sogar zu tunen hier ah jetzt kommt wohl irgendein größerer Kampf wenn hier die ganze Zeit Munition rumliegt sind wir doch mal gespannt so dann geh mal auf hallo hier ist der freundliche Handwerker von nebenan mein Name ist Isaac wie ist dein Name was ist das ach die Babys aus dem ersten Teil ach wie nett aber die Kanone muss ich sagen feuert irgendwie ungenauer wie im ersten Teil beziehungsweise sogar langsamer ha ha let's fetz sprach der Frosch und sprang in den Mixer hier geht es gerade weiter mit Kiss oh oh jetzt knock knock security folgen sie bitte nicht meiner Stimme wo zur Hölle bin ich hier war ich doch schon ne hier war ich noch mega Viech ah geh weg geh weg geh weg geh weg Feuer Feuer schieß doch oh was effektiveres verdammt shit 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 Feuer Feuer schieß doch schieß doch Mist 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 hat denn jemand von euch heute noch nicht gegessen? Ja, klar, das war jetzt unnötig. Blöde Spinne. Okay. Wir rüsten uns gleich aus mit der richtigen Waffe. Ja, mein Servus. Du alte... Äh... Ringel. Benozo-Ross-Spinne. Shit, das war knapp. Ziele, schieße. Treffe. Werde noch eine Option. Scheiße. Jetzt habe ich gleich gelitten. Oh. Ich habe sie. Oh. Was ist? Was ist denn sonst? Chit, 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 chit. Plan B. Ah. Ah, komm schon. Lad nach, lad nach. Perpistisch. Perpistisch. Okay. Keine Munition Verdammte Scheiße Arschloch Shit Ich kann schon mal laut sagen, mein Freund So Du hast nichts mehr Du hast sogar noch ein bisschen was Tja, das war wieder mal knapp Aber die knappen Sachen sind doch immer die besten Sachen So, wo war der Fettsack? Das war ja schwach Das war ja auch schwach Komm, nochmal richtig Ja, genau so Aaaaaah Matsch Okay Alles klar Ich bin wieder da Plasma Cutter wäre natürlich auch noch eine Option gewesen Ich wollte eigentlich alle brutzeln Aber irgendwie War dem nicht so Ich glaube, jetzt muss ich wieder anfangen Munition zu sparen Wo muss ich denn hin? Da hoch Schauen wir uns erstmal um Ja, ich muss hoch Was gibt's denn hier? Die Frage ist, gibt's hier überhaupt was? Tatsache Ein Safety Room Nein, ich glaube, da geht's weiter Ja, ne, da bin ich hergekommen Stimmt, stimmt, stimmt Da bin ich hergekommen Und schauen wir uns eben in Ruhe weiter um Was war das? Das war Munition Hier scheint nichts mehr zu sein Daraus kam der Große Hier gibt's Schau mich nicht an Du bist nicht länger mein Sohn Hätte vielleicht jemandem sagen sollen Dass ich überhaupt gar keine Kinder habe Naja Dann wollen wir eben Da oben grummelt's schon wieder Ha, Hedgehog Okay, ich hab nichts über die Treffsicherheit gesagt Hey, die Waffe ist ja ziemlich gut Ich hab nichts über die Treffsicherheit gesagt Hey Ich liebe die Waffe Die fand ich im Einser Fand ich dennoch ziemlich gescheuert Es war einfach bloß ein Maschinengewehr Wo sonst keinen Zweck erfüllt hat Ach ja, Nahkampf, hä? Nahkampf? Komm her, du sauer Aha Sie versuchen es immer wieder Ich wollte jetzt alles nachladen Und zwar den hier noch Ne, der ist nachgeladen Ganz wichtig Hier ist nachgeladen Also dann Da schleicht sich was hoch Oh oh Freeze Sonst noch jemand Munition wäre mir jetzt lieber gewesen Aber man kann bekanntlich nicht alles haben So, dann wollen wir mal weitergehen Zu, mir leid, aber da kenne ich nichts mehr Hallo Ist hier noch jemand Wer ist denn da? Doppelt hält besser Regel Nummer 3 Ist das der Originalmarker? Nö Sieht nicht so aus Oh, ich hab da ein ganz mieses Gefühl Oh, ich hab da ein ganz mieses Gefühl Halt mich nicht mit dir ein Schick Halt mich nicht umgehen Halt mich ab, so wie er nicht kommt Ja Ich bleibe ich mit uns Verküge in die Runde dann Lass mich verruhen Lass mich verrufen Nicole Wie oft hab ich dir schon gesagt Ich verstehe dich nicht, wenn du nuschelst Red bitte deutlicher So, beam me up, Scotty Ein Shuttle Das uns von hier wegbringt Wär ja ein zu kurzes Spiel Irgendwas geht doch da wieder schief Hallo Irgendwas Ich lasse mir ein bisschen rum Es geht auf nächste Mal Gute Aufzugsschlägerei Ich lasse mir ein bisschen rum Ich lasse mir ein bisschen rum Und mich